Liebe Gemeinde, im Dezember 1985 sah die Welt ganz anders aus als heute. Wir bezahlten mit D-Mark, in die ich, ich gebe es zu, immer noch heimlich umrechne. Wir sangen in der Kirche aus dem alten schwarzen Gesangbuch, und das fällt mir vor allem bei dem ersten Lied, Allmorgen ist ganz frisch und neu, bei der zweiten Strophe auf, dass wir jetzt einen neuen Vers singen. Wir schrieben das mit scharfem S und wir hatten schwungvolle Föhnfrisuren, die mit viel Haarspray fixiert waren, Männer und Frauen. Ich war damals fast 14 Jahre alt, eine Leseratte, die sich noch nicht ganz entschieden hatte, ob man dazu stehen sollte, dass man noch Enid Bleiden las oder wie alle, die cool sein wollten, die Bravo. Und so bekam ich an Heiligabend von meinen Eltern neben einem Mädchenparfüm, einem neonfarbenen Pulli, einem Vier-Gewinnspiel und einer Atari-Spielkonsole, die ich mir mit meinem Bruder teilen musste, auch das Buch, die unendliche Geschichte, von Michael Ende geschenkt. Wohl in der Hoffnung, dass mich dieses Buch mit dem verheißungsvollen Titel eine Weile beschäftigen würde. Ich war natürlich wenig begeistert, wie das ist, wenn man als fast 14-Jährige ein Buch geschenkt bekommt. Denn das Buch hatte ja nicht auf meiner Wunschliste gestanden und meine Eltern folgten bei der Auswahl des Buches der Empfehlung eines Buchhändlers, der einfach weiter empfahl, was nach Erwachsenenmeinung von Buchhändlern für Jugendliche in meinem Alter wohl interessant sein sollte. Und weil das Buch gerade verfilmt worden war, musste es also fast zwangsläufig angesagt sein. Recht widerwillig machte ich mich in den Weihnachtsferien, als ich von der Atari-Spielkonsole pausieren musste, da machte ich mich an die Lektüre. Dick gedruckte Bücher mit kleinen Buchstaben haben ja eine nicht so wahnsinnige Anziehungskraft. Außerdem stand in meinem Bücherregal im Kinderzimmer bereits seit einem guten halben Jahr ein anderes dickes Buch mit klein gedruckten Buchstaben, nämlich die Bibel. Denn ich war Konfirmandin, und Sie sehen, ich habe das ziemlich bald so eingeschlagen im Papier, weil ich mich ein bisschen geniert habe, dass ich das jetzt nun lesen sollte, nicht, dass das jemand in der Schule vielleicht als Bibel identifizieren könnte. Und an diese Bibel wollte ich mich, wenn überhaupt, auch nur häppchenweise heranwagen. Und das schien mir auch so eine unendliche Geschichte zu sein. Außerdem, so hatte ich in der heimlich gelesenen Bravo erfahren, war das Buch ja verfilmt worden, und der Film war mit seinen schicken und niedlichen Hauptdarstellern viel cooler. Wer wollte da so ein dickes Buch überhaupt lesen? Das Titel Lied des Films wurde von einem damals unheimlich angesagten Sänger gesungen, nämlich von Limal. Und der war bisher weniger durch seine erfolgreichen Lieder als durch seine bunten Frisuren aufgefallen. Nach Limal waren damals alle anständigen 13-Jährigen fast verrückt. Ich konnte nicht so viel an ihm finden, aber das Lied, das nach dem Buch beziehungsweise dem Film eben die unendliche Geschichte beziehungsweise The Never Ending Story hieß, das Lied fand ich toll. Besonders, weil es die Atmosphäre der 80er Jahre Musik transportierte, einen zum Träumen brachte. Und das war für mich damals wichtig. Man konnte zu dem schönen Rhythmus unbeobachtet vor dem Spiegel im Kinderzimmer die ersten Tanzschritte probieren und sich weit weg träumen, getragen von den sphärischen Klängen der Musik, die ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchte. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 だुt nhất Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oft lebenslänglich sind uns ihre Bedeutungen verschlossen. Oder sie offenbaren sich in ihrer wahren Gestalt, wenn man es nicht erwartet. Oder wenn man sich einbildet, es gäbe nichts mehr zu entdecken. Als Pfarrerin kennt man die ganze Bibel. Und trotzdem, wenn man es nicht erwartet, stößt man doch auf einen Gedanken, den man so noch nie gehört hat. Rhymes that keep their secrets will unfold behind the clouds. Da ist sie dann. Die Antwort zu einer unendlichen Geschichte. Der Trost in den geschriebenen Worten hier. Dieser Trost, der offenbart sich nicht beim Lesen, sondern im Leben damit. Sonst bewahren diese Verse eben ihr Geheimnis. Sonst bleiben es nur Buchstaben. Und es geschieht ganz spontan und unmittelbar, dass sich dieses Buch erschließt. Die Bedingung ist aber, man muss sich darauf einlassen wollen. Man kann die Bibel nicht von Anfang bis Ende durchlesen und dann sagen, man habe sie verstanden. Denn die Bibel lesen und studieren, das kann auch der Teufel. Wir haben es im Evangelium auch irgendwann gelesen. Es ist das Geheimnis, dass sich die Worte und Bedeutungen erst erschließen, wenn man so in dieses Buch hineingezogen wird, wie es einem der Hauptdarsteller bei der unendlichen Geschichte, den zehnjährigen Bastian, auch passiert. Er wird hineingezogen in diese Geschichte und kann nicht anders als diese Geschichte dann zu leben. Wenn man die Bibel in sein Leben lässt oder sich kopfüber in sie hineinstürzt und mit ihr die Welt oder die Sichtweise verändert oder beeinflusst, dann erst wird sie Teil von meinem eigenen Leben. Reicht von vor der Geburt bis nach dem Tod bis zur Auferstehung und überdauert kleinliche Phasen wie die Pubertät oder die Glaubensferne in den Zwanzigern und Dreißigern oder Sinnkrisen, die einen an andere Grenzen, an das Nichts, an die Sinnlosigkeit des Daseins bringen, das sowohl in der unendlichen Geschichte als etwas, was alles auffrisst, als auch in der Bibel als Gottesferne beschrieben wird. Das Wort Gottes in sein Leben lassen, damit sich die Verse für unser Leben entfalten, das ist es, was den Glauben ausmacht, liebe Gemeinde. Limal, der diesen Text und die Melodie, die im Übrigen von George Moroder Popmas geschneidert waren, Limal hat sicher weder die unendliche Geschichte von Michael Ende als auch die Bibel besonders sorgfältig gelesen. Aber er hat zum Ausdruck gebracht, dass man sich in diese Verse hineinbegeben muss, wenn man sie verstehen will, weil sie sich erst im Gelebtwerden erschließen. Das Geheimnis der Schöpfung, der Geschichte Gottes mit seinem Volk und seinen Menschen, die Geschichte der Menschwerdung seines Sohnes, der Liebe und der Vergebung Gottes am Kreuz von Golgatha, die Weisungen der Apostel, sie haben sie hier an der Empore, und die Entstehung der Kirche im festen Glauben an Gott, das alles bleibt nur geschriebener und gedruckter Buchstabe, wenn es nicht in uns zum Klingen und zum Leben gebracht wird. Dann aber, dann wird diese Geschichte groß und blühend. Sie verändert sich und uns und geht mit uns ein Leben lang und darüber hinaus. Ich bin froh, liebe Gemeinde, dass ich neben der unendlichen Geschichte von Michael Ende auch nach der Konfirmation mehr und mehr in der anderen unendlichen Geschichte der Bibel gelesen habe. Als mit 17 herum die Frage nach dem weiteren Ausbildungsweg oder der Studien- und Berufswahl anstand, da entschied ich mich, dass es mir mehr Freude und Befriedigung bringen würde, immer wieder Neues in diesem Buch zu entdecken und das zu studieren und schließlich zu meinem Beruf zu machen. Und ich musste erschrocken und bestürzt im vergangenen Jahr selbst erfahren, dass ich das, was ich bis dahin selbstverständlich und ein bisschen überheblich auch meinen Gemeinden immer wieder gepredigt habe, nämlich, dass man akzeptieren soll, dass Jesus Schuld vergibt, dass er die Sünde trägt und dass wir alle auf seine Gnade angewiesen sind, dass ich das auch und erst für mich selber in Anspruch nehmen musste, um diese Geschichte zu meiner Geschichte zu machen. Das war mir noch nie so bewusst gewesen und war für mich auch sehr schmerzlich, aber wohltuend. Und wer weiß, welche Bedeutungsebenen sich in meiner letzten Hälfte des Lebens hier noch erschließen werden. Ich freue mich darauf. Liebe Gemeinde, ich habe die unendliche Geschichte im diesjährigen Sommerurlaub mit im Gepäck gehabt und sie noch einmal bewusst gelesen. Zwei meiner Söhne übrigens auch, weil das Wetter nicht so toll war. Und was soll ich sagen? Es ist letztlich nur ein Buch. Ein gut und originell gemachtes Buch und ein fesselndes Buch, sicher. Doch nach der letzten Seite ist diese Geschichte wie jede andere Geschichte zu Ende. Nach dem Buchrücken kommt nichts mehr. Und über das Lied von Limal brauche ich erst recht nichts zu sagen. Neverending Story ist sein einziger großer Hit gewesen. Und die einst so coolen und spektakulären Filmkulissen stauben heute in den Bavaria-Filmstudios vor sich hin. Ich bin froh, dass wir Christinnen und Christen auf ein anderes Buch zurückgreifen können, wo Unendlichkeit nicht nur auf dem Titel steht, sondern sich im Leben und darüber hinaus verwirklicht. Stürzen wir uns kopfüber dort hinein und lassen uns überraschen, was es mit uns anstellt und wie sich seine Verse für uns entfalten. Immer und immer wieder neu lesen wir die Neverending Story. Amen. Der Liederdichter Der Liederdichter Der Liederdichter Der Liederdichter